Hallo liebe Leute, ich hoffe es geht euch gut. Wenn ihr mit Cortana nicht zufrieden seid oder beziehungsweise Cortana erst gar nicht kennt, aber gerne einen Sprachassistenten auf eurem PC haben wollt, wie zum Beispiel Alexa, dann würde ich sagen, bleibt da dran. Denn wie das geht und was man da machen muss, um Alexa auf dem PC zu installieren, das erkläre ich in diesem Video. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Um Alexa auf eurem Rechner zu installieren, beziehungsweise um Sprachassistenten an eurem PC nutzen zu können, müsst ihr natürlich exakt drei Voraussetzungen erfüllen. Und zwar braucht ihr einen Internetanschluss, sehe ich, denke ich hat jeder von euch. Ihr braucht ein Mikrofon, haben vielleicht auch einige von euch. Und ihr braucht, um Alexa zu nutzen, ein Amazon-Konto. Und wenn ihr die drei dringet habt, dann könnt ihr Alexa auf dem PC installieren und nutzen. Und ja, wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Also das Erste, was wir tun müssen, ist natürlich die Alexa-App zu installieren. Und die finden wir ganz normal im Microsoft Store, im App Store. Dazu gehen wir hier oben einfach mal auf Suchen und tippen ein Alexa. Und ihr werdet es finden. Hier ist die Alexa-App, genau die möchten wir haben. Diese App ist übrigens komplett kostenlos. Also wir drücken auf Installieren und warten, bis der Download fertig ist. Download und Installation ist automatisch abgeschlossen, also können wir die App starten. Den Play Store hier, den App Store, den können wir schließen. Und das Erste, was wir tun müssen in der Alexa-App, ist natürlich die Alexa-App einzurichten. Und das funktioniert am besten, wenn ihr schon ein Amazon-Konto habt. Denn damit lockt ihr euch hier ein. Dann müssen wir einmal die Nutzungsbedingungen akzeptieren, dass Alexa ein Cloud-Dienst ist und so weiter und so fort. Und wie anfangs schon angedroht, ihr braucht natürlich ein Mikrofon, um die App nutzen zu können. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob es funktioniert, weil ich nehme zum einen den Ton hier über zwei Geräte gleichzeitig über ein Mikrofon auf. Aber wir probieren das mal. Ja, habt ihr das mit dem Mikrofon eingerichtet und die Alexa-App gestartet, dann könnt ihr auch jederzeit Alexa irgendetwas fragen. Ansonsten könnt ihr das einfach auch via Tastendruck, also per Push-to-Talk-Befehl machen. Dann kommen wir weiter zur Konfiguration von Alexa. Hier können wir einmal einstellen, ob er bei der Anmeldung vom Computer direkt die App starten soll, was natürlich Sinn macht, die Sounds zulassen. Und ja, in der Task-Klasse können wir es auch noch anheften, wenn wir das denn möchten. Das möchte ich aber eigentlich nicht. Okay, und die Einrichtung abschließen. Und natürlich darf Alexa, wenn ich sie installiert habe, auch ihre Alexa-Aufgaben ausführen, sprich aus Internet zugreifen, Daten abrufen und so weiter und so fort, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Also aktivieren wir das. Okay, hier haben wir noch einmal den Hinweis, dass wir mit Alexa ankündigen können. Das heißt, wenn ihr mehrere Geräte in einem Haushalt habt und die sind untereinander gekoppelt, dann könnt ihr sagen, Alexa, kündige an, der Kaffee ist fertig. Und dann könnt ihr das in allen Räumen in eurem Haus, wo ein Alexa oder ein Echo steht, wiedergeben lassen. Und das ist ziemlich cool, wenn man es nutzt. Und das war es im Prinzip schon. Jetzt können wir einfach was fragen. Wir versuchen das mal. Alexa, wie wird das Wetter heute? In Arnsberg beträgt die Temperatur momentan 6 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Heute ist mit Regenschauern sowie einer Höchsttemperatur von 9 Grad und einer Tiefstemperatur von 0 Grad zu rechnen. Alexa, spiel Radio Sauerland. Radio Sauerland auf TuneIn. Okay, Alexa, stopp. Also ihr seht, ihr könnt hier schon die ein oder andere Funktion nutzen. Genauso können wir uns natürlich auch Erinnerungen festlegen, wie zum Beispiel Alexa, stell einen Timer auf 8 Uhr morgens. Wecker gestellt für 8 Uhr morgens. Also wir können hier einige Standardfunktionen von Alexa nutzen, aber nicht alle. Wir können zum Beispiel nicht alle Einstellungen vornehmen, die wir auch in der Handy-App vornehmen können, wie zum Beispiel Routinen anzulegen oder anderen Scheiß. Schauen wir mal kurz rein. Klicken wir hier oben links auf diese drei Balken, kommen wir zur Navigation und können dort einiges sehen. Unter aktuelle Wiedergabe finden wir die letzten Befehle, beziehungsweise die letzten Radiosender, die wir gespielt haben. Unter Smart Home finden wir alle Geräte. Komischerweise nicht alle. Flur, Küche, Wohnzimmer. Ja, da habe ich Demostate stehen. Warum die jetzt hier nicht integriert sind bei mir, weiß ich nicht. Beziehungsweise warum hier null Geräte stehen, keine Ahnung. Es kann sein, dass ich mein Smart Home Hub mal wieder aufgehängt hat. Ist aber auch egal. Ankündigung, können wir auch hier sehen. Ankündigungen sind sowas wie, früher hat die Mutti ja durchs Haus geschrien hat. Wenn das Abendbrot fertig ist, das könnt ihr jetzt hier über die App machen. Entweder tippt ihr es ein oder ihr sprecht es durch. Zum Ausprobieren, hier haben wir einige Funktionen. Dann landen wir hier auf der Webseite von Amazon Alexa und dort können wir alle Befehle einsehen, die Alexa normalerweise ausführen kann. Informationen, hier finden wir nur Informationen zur App an sich. Das ist völlig uninteressant. Und hier kommen wir nochmal zu den Einstellungen, was wir hier vornehmen können. Einmal den Freisprechmodus. Ich habe ihn gerade deaktiviert, deswegen ist er aus. Apptöne ein oder aus, wie zum Beispiel Start der Anfrage, Ende der Anfrage. Könnte man ausschalten, ich brauche das persönlich nicht. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, einen Tastenkürzel zu hinterlegen. Standardmäßig ist es STRG, Umschalt A, also STRG, SHIFT und A, um Alexa aufzurufen, wenn ihr das denn ausgeschaltet habt, so wie ich jetzt gerade. App bei der Anmeldung auch von diesem Computer starten. Ja, nein, das könnt ihr euch aussuchen, sonst müsst ihr es immer manuell machen, was aber in meinen Augen keinen Sinn macht. Automatisches Senden von Fehlermeldungen, wenn etwas schief geht, kann man machen, muss man nicht, deswegen ist es hier aus. Automatische Wiedergabe von Ankündigungen. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr zum Abendessen gerufen werdet, dann macht ihr es einfach hier an dieser Stelle aus. Und hier steht auch, dass die App völlig unfähig ist, zumindest am PC, denn um Echo und Smart Home Geräte einzurichten, laden sie die Alexa App auf ihr Smartphone. Also ihr könnt hier keine weiteren Echo Geräte hinzufügen oder Smart Home Geräte einrichten oder irgendwelche Routinen erstellen. Das geht nicht. Das hier am PC ist einfach nur dafür da, damit ihr euch Informationen aus dem Netz holen könnt, Radiosender abspielen könnt oder Ankündigungen durch das Haus brüllen könnt. Auch nicht möglich ist es übrigens, Programme zu starten wie Starte Outlook. Das weiß ich leider nicht. Ja, also das funktioniert hier nicht. In meinen Augen ist Alexa auf dem PC nice to have, wenn man mal das Wetter wissen möchte, einen Timer stellen möchte oder seine Heizung im Büro heißer machen möchte, aber nicht aufstehen möchte, um das zu tun. Dann kann man das per Sprachbefehl am PC machen. Ansonsten ist das eher was für Leute, die vielleicht mal Alexa ausprobieren wollen, sich aber nicht gleich ein Echo kaufen wollen. Wenn ihr euch übrigens ein Echo kaufen wollt, weil ihr das nicht gut findet oder weil ihr beides haben wollt, dann schaut auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung, denn da habe ich euch die Amazon Echos alle verlinkt. Das war so am Rande. Eigentlich ist es schade, dass Cortana auf Windows quasi nicht existent ist, weil kein Schwein nutzt das. Ich kenne keinen Menschen, der das nutzt. Ich eingeschlossen selber nicht. Würde das funktionieren, dann wäre das eigentlich genau so wie bei Raumschiff Enterprise, glaube ich. Wenn euch das Video gefallen hat oder in irgendeiner Weise geholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Video like habt, diesen Kanal abonniert und auf die dämliche Glocke drückt, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir und meiner Persönlichkeit verpasst. Ich würde sagen, das war es mit diesem Video. Haut rein. Bis dahin. Ciao.